Wenn du ein kurzes HIIT-Workout suchst, was auf Wushu und Kung Fu Bewegungen basiert ist, dann bist du hier genau richtig. Hi, ich bin der Pascal von der Wushu Taita Academy aus Konstanz. Heute machen wir wieder ein gemeinsames kurzes HIIT-Workout, um deine Konditionen zu verbessern und Muskulatur aufzubauen. Unter HIIT, also H-I-I-T, versteht man ein hochintensives Intervalltraining. Nicht zu verwechseln mit dem HIIT-Training, also hochintensives Training. Beim HIIT verbinden wir Krafttraining mit Cardio und sorgen so nicht nur für Muskelwachstum, sondern auch für eine gesteigerte Fettverbrennung und verbessern unsere Ausdauer. Hier steht die Präzision der einzelnen Bewegungen gar nicht so sehr im Vordergrund. Vielmehr geht es eher um die Anzahl der Wiederholungen in kurzer Zeit, um den Puls schnell auf hohe Frequenz zu bekommen. Es ist also ideal zum Abnehmen und um deine Ausdauer und Muskelkraft zu steigern. Wegen der hohen Belastung empfehlen wir dir dieses Workout nicht häufiger als 2-3 Mal die Woche zu machen, um deinen Körper nicht zu überfordern. Deine Trainingskleidung sollte auf jeden Fall bequem und locker sein und dich in deinen Bewegungen nicht einschränken. Das Workout leitet heute der Golo. Wenn du bereits umgezogen bist, kannst du mit ihm gleich mitmachen. Für die erste Bewegung kreisen wir unsere Arme schwungvoll und hüpfen dabei hoch. Nach 10 Sekunden machen wir einen Richtungswechsel. Für die zweite Bewegung gehen wir abwechselnd rechts und links in den Pferdestand. Für die dritte Bewegung machen wir doppelte Faustschläge auf Brusthöhe mit voller Power. Die vierte Bewegung sind schnelle, gerade Kicks nach vorne. Das Bein soll dabei gestreckt bleiben. Nach 10 Sekunden machen wir einen Seitenwechsel. Für die fünfte Bewegung bist du im Ellenbogenplank und stützt dich auf und wieder ab. Die letzte Bewegung sind sogenannte Lunges, also große Ausfallschritte. Die machst du abwechselnd rechts und links. Wir haben das Workout ohne Hintergrundmusik bearbeitet. Du kannst gerne deine eigene Lieblingsmusik laufen lassen, zu der du am besten trainieren kannst. Erste Übung Arme kreisen und mit Schwung hochspringen. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, go! Nächste Übung Rechts und links abwechselnd in den Pferdestand. 5, 4, 3, 2, 1, go! 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 Nächste Übung Doppelte Fauststöße mit voller Kraft auf Brusthöhe. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, go! Nächste Übung. Schnelle Kicks nach vorne. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. Nächste Übung. Im Ellenbogenplank auf die Hände aufstützen und wieder ablegen. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. Nächste Übung. Abwechselnd rechts und links große Ausfallschritte. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. Nächste Übung. Arme kreisen und dabei hochspringen. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. Nächste Übung. Rechts und links abwechselnd in den Pferdestand. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. Nächste Übung. Doppelte Fauststöße mit voller Kraft auf Brusthöhe. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. Nächste Übung. Schnelle Kicks nach vorne. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. Nächste Übung. Im Ellenbogenplank auf die Hände aufstützen und wieder ablegen. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. 5, 4, 3, 2, 2, 1, und Pause. Nächste Übung. Arme kreisen und dabei hochspringen. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. 5, 4, 3, 2, 2, 1, und Pause. Nächste Übung. Doppelte Fauststöße mit voller Kraft auf Brusthöhe. 5, 4, 3, 2, 2, 1, und Pause. Nächste Übung. Schnelle Kicks nach vorne. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. Nächste Übung. Im Ellenbogenplank auf die Hände aufstützen und wieder ablegen. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. Nächste Übung. Abwechselnd rechts und links große Ausfallschritte. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, und Pause. Um dein Training zu vervollständigen, empfehlen wir dir unsere weiteren Mitmach-Workouts. Hier kannst du neben der Verbesserung deiner Kondition auch vor allem deine Flexibilität und Kraft noch trainieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick den Like-Button, hinterlass einen Kommentar und vergiss natürlich nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. 5, 4, 3, 2, 1, go! 6, 4, 3, 2, 1, go! 7, 4, 3, 2, 1, go! Bis zum nächsten Mal.